Bei Wind und Wetter hilft dieser Artikel und zwar dieses wunderschöne Schlauchtuch aus der Mercedes-Benz Truck Kollektion und zwar bedruckt mit dem Unimog Schriftzug, der besteht aus dem Unimog Schriftzug und dem Ochsenkopf Logo, kann dieses Schlauchtuch multifunktional von Mann und Frau eingesetzt werden und zwar als Kopftuch, als Stirnband, als Halstuch, als Mundschutz oder Armband sind dem Einsatz keine Grenzen gesetzt. Das Schlauchtuch ist produziert aus 100% Polyester und in den Maßen 29 x 49 cm hat es eben eine Größe, wodurch ich sauber meinen Hals schützen kann. Ist einsetzbar in der Freizeit oder auch in der Arbeit, einfach ins Handschuhfach legen und wenn ich merke, oh jetzt wird es frisch, kann ich mir das eben als Halstuch nutzen oder eben einmal bis eine Nasenspitze ziehen, um mich vor Wind und Wetter zu schützen. Bestellbar ist dieser Multifunktionsschal im Rosi Online Shop unter shop.rosi.de